hallo und herzlich willkommen zu lego disease pavilions und wir machen weiter mit apokalypse wow und da gibt es dann den ersten part was und seiten gibt es nichts so und dann lassen wir das mal laden das können nie im leben alles zufälle sein die justice league hätte davon gehört sie sollten hier sein und zwar jetzt sind sie aber nicht wir stecken in schwierigkeiten entweder gibt es die justice league nicht mehr oder dass die justice league auf einer mission ist wie das syndikat behauptet stimmt nicht du meinst das syndikat lügt aber sind sie nicht helden sehen wir uns klangst mal näher was immer er berichtet dass wir uns sollten eigentlich heute sein selbst der artikel dass ein alligator kein gutes haustier ist gut so dann machen wir da mal was war so dann gehen wir mal auf diesen hier aha das unaussichtliche offensichtlich hier hier ja hier 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 dynamite hier 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 verheilen so dann schwimmen wir mit der Asterhof da ist ein Glas so 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 okay so 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 wie ging das ab was hat es mir eigentlich gebracht so 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 So, da ist schon mal der Toto. So, da ist das Elektro, da ist das verbrochen. So, da ist das Verbrochen. So, da ist das Verbrochen. So, dann holen wir uns mal den Charakter. So, da ist das Verbrochen. 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 Okay. So, da ist das Verbrochen. So, da ist das Verbrochen. So, da ist das Verbrochen. ja ja komm jetzt hätte ich den riddler gehabt jetzt schon wieder auch den roten stein ja 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 Okay, ich fand schon. Die Welt rettend und coole Sachen finden? Der Tag ist gar nicht übel. 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 Nur für das Wegsaugen von dem Ding. Von dem Schleim. Jetzt fehlt aber trotzdem noch so ein fünftes Ding. So, bloß, wo findet man das? Ah, direkt oben drüber. So, jetzt haben wir alles. 5, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4, passt. Was? 41 Millionen? Das wird schon immer besser. Ah, goldene Steine finden, das ist auch mal gut. So, Level verlassen. So, dann bis zum nächsten Mal. Ich habe mein Leben damit verbracht zwischen den Finanzvierteln hin und her.